So, willkommen zurück zu einer kleinen Runde Battle Heroes. Mitternachtsmassaker. National Gunner. Das wollte ich noch sagen. Das habe ich noch vergessen. Ja, ich bin irgendwie mit dem habe ich nie so drauf. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wie immer mit dem Ding ist immer viel besser. Ich schieße mal da oben hin. Scheiße. So. Voll mit dem Raketenwerfer in die Presse. Hat sogar geklappt. Ein Kill mehr. Hoch. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt gelandet, ey. Wo sind die denn alle? Pass auf jetzt. Scheiße. Muss jetzt sein. Oh Mann ey. Schade, ist wenig low hier. Also hier kannst du noch mal richtig gut Punkte machen. Auf dem Mitternachtsmassaker-Server. Und auf der Karte, sagen wir es so. Aber heute ist hier leider nicht viel los. Schade. Ach der Sack. Hast du gesehen? Hat der doch tatsächlich die 3 gedrückt? Ja der bestimmt mal anders gedrückt. Ich wüsste was ich meine. Jetzt verfolge ich die 8 Punkte da noch gekriegt. Frage ich mich jetzt mal gerade. Wieso wird das so lange markt? Ach. Ich brauch doch auch. Gerade mit der Dingsbrauche. Ach komm. Wer hat mich denn noch erwischt ey. Gut, dass die Runde gleich vorbei ist. Ja. Ja. Hier ist es ziemlich scheiße. Ist ein schöner Abstauber geworden. Gibt's doch gar nicht so ne Schätze. Ach. Mann. Das ist die Einzelne der bisschen nervt hier. Da ist schon so menschlos auf dem Server. Und da ist noch so lange Wartezeit. Ach. Wollte sie einfach mal grad noch ne Runde dran. Irgendwo. Hier war ja nix. Ich denke mal. Hinten haben sie alle. War die Zeit schon rum? Echt? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja. 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 Mach der Stand. Ach mach der. Okay. Ach du Gott. Dann bin ich noch zweiter geworden ey. Dann machen wir eine andere Karte. So Leute. Auf Invasion sind wir angekommen. Ich hab schon ein kleines bisschen aufgenommen. Nicht viel. Ihr seht grad 3.1. Ich wollte erstmal austesten. Wie viel überhaupt los ist. Du Sackgesicht. Siehste. Jetzt werde ich hier wieder gehandelt. Kaum nehm ich auf. Kommt er. Mein Abonnent. Ich tue nicht für das Sackgesicht. Aber das hat er verdient gehabt. ist doch wahr. Ist doch wahr Leute. Ist doch wahr. Ist doch wahr. Hier war nur noch einer. Sackesstoff. Oh ich brauch Schüsse. schüsse das war reflex und da war von der abstauber heute können wir jetzt mal bitte mal hier ernsthaft aufnehmen ach da liegt ja der abonnenten oh hier darf ich nicht aufnehmen was ist das da nehme ich auf jawohl so habe ich am liebsten weißt du so holst du die kills die kills für äh dings schicke keine punkte ne irgendwie ich weiß ja nicht sag mal ich habe die scheiße läuft nicht leute was ist denn da unten ich denke ich gar nicht mehr durch ja du bist ja mein schöner vogel ey ist jetzt tot ich denke mal schnell laufen kommt das ist aber ab ja hier danke sehr nett 1016 ich komme mir nicht mehr hoch 1600 ns über mir schau mal was los ist ach kacke ja das ist es ist es ist es ist es ist schon wieder so eine lahme runde naja gut die killste ok da sag ich nichts aber also schnitt grüß am plötzlich 344 Drei. Wann habe ich die denn gekriegt? Ich krieg das irgendwie nie mit. Gut Leute, schneller Punktzahl. Dann war es das. Nix Tolles der Punkt. Okay Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.